So, willkommen zurück zu Let's Play Metroid Zero Mission Part 14, und... Wir werden gleich wieder grüße von diesen Springern da. Gott, da, 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 da. Ja, das war die Einleitung. Und jetzt versuchen wir jetzt hier rauszukommen, aber auf dem Weg können wir ja noch... Ah, da ist noch oben rechts, also rechts quer über diesen Raum, wo ich gerade bin. Das Unbesuchtes, das kann man mit einem Super-Missile-Türchen öffnen. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Auf keinen Fall. Oh ja, und so erst rechne ich mich. Nein. Ich will hier weg. Wir sind ja noch in Nord-North-Felgern. Ja, gut. Ich hoffe, ich muss da noch nie wieder dorthin. Oh, aufladen wir auch tight. Zack. Mit dem Spring-Brawl reingespringt. Oder Jump. High-Jump. Und weiter. Oh, ich habe keine Chance gegen mich. Gegen mein Maschinengewehr-Wave-Eisbeam. Mit zwei Schüssen, ey. Oder sind es drei, ey? Das sind mehrere. Eigentlich. Wenn man genau guckt, sind es vier. Vier, okay. Und jetzt nach oben. Zack. Bam. Smooth. Oh. Ho. Was weiß man jetzt alles mit Screw-Attack machen kann, ey? Null Chancen. Sind wir hier richtig? Ja, sind wir. Gut. Hier möchte ich jetzt unbedingt noch einen Energietank haben, ey. Ich bin irgendwie abhängig von den Dingern. So. Und, oh. Okay. Aha, mit Screw-Attack zum Sieg. Okay. Das hat doch seine Tücken. Ich versuche mal normal zu springen. Nein. Ich muss es. Ich werde gezwungen in die Lava zu springen. Ey. Ist das mies. Also, ich darf keine Saltus machen. Dann mache ich erstmal das Seepäldchen glatt. Gut. Zack. Ach. Ach, draufgeschissen. Das geht mir zu langsam. Wartet, stopp, Leute. Oh. Bin ich jetzt... Ich habe gerade ein Item übersehen. Ein Geheimnis. Ungefähr hier. Och. Okay. Aha. Okay, jetzt ganz normal springen. Ja, das verstehe ich wieder normal springen. So. Zack. Missile-Container. Okay. Hat sich gelohnt. Weiter geht's. Hat ich noch irgendein Item? Sonst habe ich eigentlich alles, ja. Gut. Dann geht's mal weiter. Oh, ja. Nein. 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 Oh, nee, ne. Darf ich das nochmal machen, bitte? Gut, jetzt aber. Äh? Okay. Ich glaube, ich muss den Raum nochmal versuchen. Ich habe da irgendwas falsch gemacht. Ich muss da oben versuchen, eine Bommel zu setzen. Und dann, zack. Perfekt. Genau so habe ich es gedacht. Gut. Jetzt haben wir aber wirklich alles, Leute. Gucken wir nochmal. In Ruhe. Ja, ich denke, wir haben jetzt alles besucht. Ja, haben wir. Gut. Jetzt können wir nach Prinz da. Ich hasse es. Ich hasse es. Ne, mit Gons gehe ich gerne essen. Also ehrlich gesagt gehe ich ziemlich oft sogar dort essen, Leute. Ich gehe da fast jeden Tag hin. Aber trotzdem nehme ich irgendwie nicht zu. Ich habe wohl ein Stoffwechselproblem. Heißt aber nicht, dass ich jetzt einen fetten Arsch habe. Ich gehe nicht zu. Hm. Ich schreibe jetzt. Oh. Ah, Screw attack. Hey, das macht es alles viel einfacher. So, wir müssen jetzt da entlang. Oh, wir haben es gleich, Leute. Jetzt düse ich da entlang. Oh, ich hätte nicht rumschießen sollen. Ich nehme nochmal schönen Anlauf. Danke, du... komisches Etwas. Jetzt. Jetzt, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Wow. Das sah geil aus. Nein, speichern brauch ich nicht. Ich mach jetzt ein Walljumpen. Genau. Und hoch. Nach Prinz da. Oh, Prinz da, wie lange waren wir da nicht mehr. Ganze drei Parts war's, glaube ich, hier. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir... Da, wo Turian steht. Gut, das ist unser Ziel. Da geht's bestimmt zum Mother Brain. Oh, Leute, das Spiel leigt sich dem Ende zu. Ganz ehrlich, ich könnte mir auch jetzt Zeit nehmen und versuchen, alle Geheimnisse aufzudecken, aber nein, Leute, ich will jetzt... Ich kann's kaum erwarten, ich will jetzt Mother Brain platt machen. Das ist ja keine Challenge. Ich hab nie gesagt, dass du alle Items einsammeln willst, also alle Geheimnisse aufdecken willst. Das hätte ich schon vorher ankündigen müssen. Ich will ja hoch. Oh, ey, es tut so gut, Prinz da, ey. Ganz ehrlich, ich hab mich noch nie so wohlgefühlt. Prinz da jetzt hier... Immer die Musik, immer wenn ich hier zurückkehre nach einer Schlacht gegen Quaid von Wigley, als wieder erstmal wieder... Oh, ich bin zu hoch. Oh, das ist für mich da echt gut zu Hause. Das hab ich ja schon oft gesagt. Also echt, wer da sagt, oh, ist das nervig, ey. Äh, Prinz da... Da kann ich mal, ey. Prinz da ist das Beste, was es gibt, was ist das Beste, was sie in dem Spiel einprogrammieren konnten. Ist auch so die Titelmelodie von Metroid irgendwie. Also, okay. Eigentlich ist es die beim Startbildschirm, aber die auch. Okay, erstmal aufladen. Aber mir ist aufgefallen, wir bekommen keine Zielvorgabe mehr. Also müssen wir jetzt alles irgendwie selbst herausfinden. Ja, das Spiel wird anspruchsvoller. Und hier war dieser Fenner da, den ich platt gemacht hab. Oh, Mann, das kommt mir Erinnerungen hoch. Als wir noch so richtig grün-schnabelig hier durchgelaufen sind. Null Plan von irgendwas. Und jetzt sind wir die Pros. Können die Screw Attack. Also, das heißt schon alles, die Screw Attack. Okay, da, jetzt geht's los. Oh. Die siamesischen Zwillinge, Kraid und Whitley. Und weiter geht's. Arturian. Mhm. Oh, und das ist ein Weltraumpirat. Der wurde schon ausgesogen. Die Lebensenergie. Huch. Okay. Jetzt mal weiter. Hm. Ich speichere noch nicht. Obwohl das die voll passend wäre. Oh, das ist wohl dieser Weltraumpirat. Der platt gemacht wurde. Okay, obwohl der liegt auf dem Rücken und der in dem Video da eben und der zerkrenzt, der lag auf dem Bauch. Hm. Es gibt also noch mehrere, die ausgesogen. Das war wohl der hier. Oh. Ringe. Du hast meinen Ring. Tu ihn da rein. Hier, ganz da ab. So. Oh. Metroid. Metroid. Stirb. Oh, nee, warte. Ich bin gleich noch so platt gemacht. Ah. Nein. Nein, nein, nein. Oh, nein. Stirb. Oh, war doch locker. Keine Panik. Ganz gechillt. Das bin ich. Okay. Oh, jetzt geht es gerade weiter. Metroid. 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 Oh, nein. Ich sollte mal schneller auf den Schießen mit den Raketen. Die taunen ja voll schnell wieder auf, ey. Da. Und wieder normal schießen. Genauso. Scheiße auf Raketen sparen. Weiter geht's. Okay. Zack, zack. Oh, fuck. Das war doof. Das war doof. Das war doof. Das war doof. Scheiße, ich bin viel zu leichtsinnig gerade. Boah. Oh, jetzt geht's weiter. Bam, 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 bam. Da wartet. Ey, Metroids, ey. Sind schon kusig, ey. Ups. Upsidi. Na toll. Okay, weiter geht's. Oh, nein. Oh, nein. Ey, kacke. Ey, ihr scheiß Metroids. Du scheiß, du scheiß, du scheiß Ding, ey. Oh, scheiße, ey. Ich mag die gar nicht. Oh, oh Gott. Ey, die sind jetzt überall. Verschwinde, 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 verschwinde. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, meine Fresse. Stirb jetzt endlich. Oh, Mann. Oh, Gott. Oh, Gott. Wieder zwei. Wie kommst du im Doppelpack, ey? Nein. Nein, 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 nein. Oh, ich geh wieder weg hier, weg hier. Komm ruhig her. Ich hab keine Angst. Bam, bam, bam. Huuuuh. Alter. Ey, oh. Na toll. Nicht blöd. Ist hier irgendwas? Gut, hier geht's weiter. Oh, Metroids. Oh. Oh, nein, oh, nein. Lass mich in Ruhe. So. Ich hab ne Idee. Ich kann doch durch Wände schießen. Genauso. Okay. Warte mal so. Gut. Komm so hoch. Haha. Easy going. So mach ich's. Also eigentlich sind sie doch ganz easy, muss ich jetzt sagen. Einfach nur einfrieren, komm hoch und bamma nur. Das sind die einfachsten Gegner der Welt. Aber trotzdem find ich's ne klasse Idee mit den Metroids. Vor allem wieder typisch Nintendo, ey. Genau wie bei Zelda. Das Spiel heißt nicht Samus oder Link oder so. Es wird nach dem... Um das es geht. Okay, bei Zelda ist die Zelda, die muss man retten. Bei Metroids, die muss man nicht retten, die muss man vernichten. Okay. Okay. Ey. Okay. Also wenn sie eine Irrzahl sind, wenn es so viele sind. Ich kann nichts machen. Scheiße. Nein, 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 nein. Oh Gott, der scheiß Möte. Ich komme raus und springe in den nächsten rein. Ich muss sie erst noch einzeln platt machen. Ich mache es ja den platt. Lass mich von dem noch aussaugen. Zack. Gott. Scheiße. Oh, und da ist noch einer. Ah, meine Fressen. Weiter geht's. Okay, Leute, ich beende diesen Part. Oh, da warte mal. Ganz kurz. Ich glaube... Ich lade mich hier erstmal auf, ey. Ich habe keinen Bock nochmal gegen Metroid zu verlieren. Okay, machen wir es so, Leute. Ich speichere es erstmal ab. Und im nächsten Part mache ich dann aufgeladen weiter. Ich werde mich dann ein bisschen aufladen. Dann machen wir weiter. Also dann, ciao, Leute.